1, 2, 3, 4! Tyreek Hill ganz nah. Ein NFL-Superstar zum Anfassen mitten in Frankfurt. Erlebt man natürlich nicht alle Tage. Das ist richtig geil. Unfassbar. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich ihn mal sehen würde. Und Hill gibt sich nahbar, macht mit, sorgt für Spaß und hat diesen, so scheint es, auch selber. Ich war auch ein Kind, das zu den Stars aufgeschaut hat. Viele Kids bekommen nur einmal eine solche Chance. Deshalb wollte ich einer der Ersten sein, der aus der NFL nach Europa kommt. Seine Nahbarkeit, das Bereitstehen für Selfies und Autogramme, ein teurer Spaß. Ein Foto kostet zwischen 45 und 322 Euro. Für den Superstar normal in Frankfurt gehen die Meinungen darüber auseinander. Es ist schon ein bisschen teuer, muss ich sagen. Da man nicht immer die Chance hat, so eine Möglichkeit zu machen, denke ich schon, ist es angemessen. Rund viereinhalb Monate nach dem Gastspiel seiner Miami Dolphins ist Tyreek Hill wieder in Frankfurt. Der für ihn perfekte Standort für sein Camp. Als ich hierher kam, waren die Leute so herzlich. Das hat sich toll angefühlt. Ich habe meinen Freunden gesagt, wir sollten ein Camp in Frankfurt veranstalten. Und manches hat sich auch seit November nicht verändert. Es ist immer noch kalt, das ändert sich nicht. Die Speed Academy ist Leidenschaft und Geschäft für den Superstar. Und alle gingen am Ende des Abends glücklich nach Hause. Die Speed Academy ist Leidenschaft und Geschäft für den Superstar. Vielen Dank.